Yo, YouTube, was geht ab? Aber wieder bis dahin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der YouTuber-Insel, meine Freunde. Leute, ihr wisst, ihr habt alle mitbekommen, im Livestream haben wir uns vertragen. Aber was hat Stani jetzt hier vor, meine Freunde? Ich verstehe es doch nicht. Ihr fragt euch, hey, Armin, was meinst du? Guckt euch das mal an. Die ganzen Kristalle hier, guckt mal hier. Überall. Und man kann die nicht abbauen, Leute. Weil die explodieren. Das heißt, unsere ganze Insel ist hier gebombt. Wir haben uns doch getroffen, Leute. Wir haben doch ein Friedensgespräch gemacht. Er karrt doch gesagt zu uns, wenn wir ihm ein Haus bauen und eine Farm zur Verfügung stellen, ja, kostenlos für immer, auch mit Sachen drin, dann ist die Sache gegessen, ja. Wir haben uns da geeinigt für den Frieden. Aber Leute, hier sieht man, guck mal, hier ist sogar eins hochgegangen, Leute. Guckt euch mal an, hier der ganze Brunnen ist weg. Leute, ich dachte, wir hätten Frieden gemacht. Aber Stani will es wohl nicht. Stani will wohl wirklich kämpfen. Aber wisst ihr was? Er hat halt gesagt, das ist ein Prank? Okay, Leute. Ich werde ihn nicht angreifen, ich werde ihn nicht töten. Wir werden ihn heute pranken, meine Freunde. Dafür müsst ihr aber ein Like da lassen, abonniert den Channel, die Glocke aktivieren. Und ich muss mal ganz kurz hier eine Wasserquelle bauen und endliche. Weil, Leute, wir müssen das ja irgendwie hier reparieren, ne? Anders geht der ganze Spaß ja nicht. Oh Mann, Alter, ey. Das ist wieder so aufwendig. Ey, Stani, warum? 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 Jetzt muss ich hier einmal so bauen, hier einmal so bauen, hier bauen. Oh, wirklich. Also, Stani, du kriegst heute einen richtigen Prank ab. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe sogar eine Idee, was ich machen werde, ja? Ich habe doch schon so eine Idee, was ich machen will. Oh Gott, meine Freunde. Oh nein, das ist eine Kettenreaktion wahrscheinlich, ne? Ja, wir müssen das einmal hier komplett so... Oh, Leute. Also wirklich, ich muss hier alles voll mit Wasser machen, ne? Anders hilft es nicht. Ja, ich muss hier einmal alles voll mit Wasser machen. Anders geht hier alles kaputt. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Stani, Alter! So, so. Oh, meine Freunde, Alter. Das wird auf jeden Fall hier wirklich, wirklich ekelhaft. Aber wie gesagt, ist kein Problem. Stani will spielen. Stani kann spielen, von mir aus. So. Oh, guck mal, das läuft jetzt hier durch, ne? Aua. Guck mal. Haben wir gut überlebt. Haben wir gut überlebt, meine Freunde. Hier haben wir das ganze Wasser weggemacht. Nice. Aber nun kommen wir zur Überraschung für Stani, meine Freunde. Und zwar, er wollte ein Haus. Du kriegst ein Haus, Stani. Aber kein Haus, wie du dir das vorstellst, sondern es will das spezielle Breakhouse sein, meine Freunde. So, wir tun erstmal unsere ganzen Dinge hin. Leute, ich werde ein paar Baumaterialien vorbereiten. Und dann bauen wir dem Guten doch mal ein schönes Haus, oder? Also ich finde, das sollte schon fair sein. Leute, lasst ein Like und Abo da. Ja. Und, ähm, wie gesagt, alles, was jetzt kommt, ist seine eigene Schuld, Leute. Er hat das hervorgerufen. Und ich werde es beenden. So wie davor. Leute, wir fliegen rüber. Und guckt mal hier. Sogar auf, oh, nein, Leute. Okay, warte, ich muss meine Statue noch kurz retten. Ey, das kann doch nicht wahr sein, meine Freunde. Ich muss jetzt noch meine Statue retten. Ah. Also wirklich, Leute, ne? Musste das sein? Müssen wir so einen Kindergartenkampf jetzt hier führen gegeneinander? Ich hoffe doch nicht. So, das Wasser läuft durch. Das ist schon mal gut. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Glaubt ihr, wir treffen das von hier aus? Oh, na. Oh, sehr gut. Immerhin habe ich das geschafft, meine Freunde. Immerhin habe ich das geschafft. Aua. Okay, so. Und jetzt werden die Enderkristalle abgeschossen. Sehr gut. Es ist nichts passiert, meine Freunde. Der Wasserfall läuft. Egal. Wir fliegen erstmal rüber und bauen dann hier jetzt ein schönes Haus, meine Freunde. Let's go! Leute, ich bin jetzt hier hingeflogen. Guck mal, hier ist so eine Working Bench. Das ist in der Nähe von der Creeper Farm hier. Guck mal, hier. Hier ist mein Dings. Und hier ist direkt die Creeper Farm gleich. Und Leute, wir bauen einfach hier ein Haus für ihn. Aber nicht nur irgendein Haus. Aber dafür muss ich erstmal hier ein bisschen terraformen, Leute. Wir müssen das hier erstmal alles sauer machen. Das Stein werde ich dann später wegschmeißen. Und ich würde sagen, Leute. Let's go! Wir bauen hier erstmal alles ab. Machen ein bisschen flach. Und dann baue ich dann hier ein kleines schönes Hauschen, Leute. Und ja, wir haben auch Gold dabei. Ist kein Problem mit Gold und so. Das ist mir wert, Leute. Ich verdiene auch gerne Gold dafür, dass wir den einmal hier komplett weghauen. Okay, meine Freunde. Wir haben hier jetzt hier einiges gebaut. Ich brauche einmal einen Goldrand, ja. Aber wir machen hier ein schönes Ferienhaus für Stanni. So, bei Bester. Ja, was soll ich dir sagen? Du hast dich mit uns angelegt. Ich habe dir echt viel durchgehen lassen. Aber du wolltest es so. Also kriegst du es auch so, ja. Pranken gegen Pranken. Findet er fair. Haus wollte er nicht haben. Aber ich sage so, ja, komm, Stanni. Der Prank war selbst gut. Aber dadurch, dass du noch so viele Sachen verloren hast, habe ich dir nochmal ein Haus gebaut. Oh, Leute. Und wir machen Rüstungsständer mit seiner Zweitrüstung. Wir machen irgendwie so eine Noob-Netherite-Rüstung oder Noob-Diamant-Rüstung. Sagen hier, hey. Ich habe dir auch eine neue Rüstung gemacht. Wenn du willst, gönnen sie dir. Oh, Leute. Das wird so lustig. Das wird so lustig. So, wir machen hier einen kleinen Rand so. Perfekt, meine Freunde. Leute, guck mal, das Ding ist. Das wird hier so der Rand nur sein, ne? Weil. Perfekt. Jetzt haben wir hier schön alles Platz gemacht. So, jetzt brauche ich hier ganz viel weißen Beton. Leute, wir werden das einmal jetzt hier komplett. Wartet mal, wartet mal. Nein, ja, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Weil, Leute, der Boden, aus was der bestehen wird, ist der Tee. So. Wir haben genug den Tee. Ich habe ihn noch gewarnt, oder nicht? Jetzt muss ich nur überlegen. Ich glaube, ich gehe nochmal eine Sache hier runter, damit der Gold wirklich das Rand ist. Wisst ihr? Damit das ein bisschen maistischer aussieht, teurer aussieht, dann denke ich halt, okay, oha. Wir haben hier so ein krasses Haus gebaut. Wahrscheinlich haben wir den wirklich gebaut. Aber in Wirklichkeit wird der Boden komplett aus Tee bestehen, meine Freunde. So. Ah, ist das schön, meine Freunde. Okay. Ich würde sagen... Ähm... Oh, nein. Ich habe hier einmal einen Fehler gemacht. So. Kein Fehler mehr. Ich würde sagen, wir bauen das hier nochmal kurz so mäßig umranden und dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Wir werden erst den Tee-Boden machen und dann den abgestiegen. Bis gleich. Okay, meine Freunde. Ich habe ein paar Tests gemacht, ja? Damit das Ganze funktioniert. Und schaut mal hier. Ich habe hier Redstone versteckt. Wenn ich hier einen Hebel dran sitze, wenn es da drin ist, dann macht es dick bumm bumm. Ja? Wie macht es dick bumm bumm, fragt ihr euch? Leute, der ganze Boden ist voll mit D&D! Genau so will ich das haben. Jetzt müssen wir nur überlegen. Ich muss das hier noch ein bisschen irgendwie eindämmen. Ich glaube, da habe ich eine gute Idee. Ja, ich werde da so einen schwarzen Umrandungen machen und vielleicht am Boden noch ein bisschen schwarz machen. Das wird aber ein bisschen ekel auf der Arbeit werden. Was aber per se nicht schlimm ist, ja? Es ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir setzen uns erst mal ins Haus weiter ran. Und zwar mache ich hier einfach, das wird wirklich ein Bummi-Haus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das wird kein besonderes Haus. Es sieht einfach nur teuer aus. Eins, zwei, drei, vier. Nein. Eins, zwei, drei. Okay, sehr gut. Sehr gut, meine Freunde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, machen wir hier noch die zwei Ecken und dann können wir schon anfangen zu binden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh Leute, das wird so gut tun. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Leute, ey, Stani wird das so bereuen, ne? Er wird so bereuen, dass er sich damit mir angelegt hat. Aber, ey, selber schuld, ja? Er will Pranks spielen? Ich bin ready für Pranks, meine Freunde. Ich war noch nie so ready für Pranks wie heute. So, ähm, wir müssen auch das Ganze mit dem Wasser machen. Er hat ja hier, oder er wollte eh kein Haus mehr. Er hat ja selber zugegeben, dass er sagt, ja, okay, ich brauche kein Haus mehr bauen, wir sind quitt. Und, ähm, ja, Leute, der wird sich hoffentlich freuen. Ich werde auch zu ihm gehen, werde ihm so sagen, ja, Stani, guck mal, du hast den Prank gemacht gegen uns. Ich verzeihe, aber wir haben ja trotzdem voll viel in der Schaden gemacht. Komm, das Haus will ich hier trotzdem bauen. Ist alles fair, alles vergessen. Und dann geht er hier rein und denkt so, bumm, aua. Hi, 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 hi. Ah, ist das schön, Leute. Rache serviert man am besten kalt, meine Freunde. So, dann lassen wir das einmal hier so. Das wird der zweite, oh. Das wird hier der zweite Stock. Aber das Dach wird ein bisschen anders sein, was per se ganz gut ist. Ich würde sagen, ich mache das Dach kurz fertig. Und dann sehen wir uns sofort wieder, meine Freunde. Weil dann muss ich langsam an die anderen Sachen reingehen. Und später kommt die Reaction von Stani. Da müsst ihr, ihr müsst bis zum Ende durchgucken, Leute, um das zu sehen, wie Stani das mitkriegt, dass es hier eigentlich schon ein Prank war. Bis gleich. Okay, meine Freunde, wir haben jetzt hier einiges umgebaut. Ich habe schon viel gemacht, Leute, weil ich mir auch denke, in der Zeit wird das bauen, ja, ne. Ich muss euch jetzt nicht jedes Mal zeigen, wie ich hier irgendwelche Sachen platziere. Aber ich kann euch gerne zeigen, wie ich jetzt das Glas hier machen will. Hier muss die Eingangstür hin, meine Freunde, ja. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Das heißt, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Guck mal hier. Da machen wir das hier so hin. Da machen wir schöne Eingangshalle einfach nur. Guckt euch das mal an. Guckt euch das doch mal an hier, meine Freunde. Hier alles schön mit weißem Glas, damit das gut aussieht. Wir müssen uns auch gleich Laternen holen, um das Ganze schon mal hier ein bisschen zu beleuchten, weil ich will nicht, dass irgendwelche Mobs hier sind. Ähm, so, packen wir das hier rein. Ich habe an eine Eisentür gedacht, Leute, aber ich habe Angst jetzt wegen, äh, in dem ganzen Redstone. Ich mache eine normale Tür lieber hin. Ich glaube, ich mache lieber eine normale Tür hin. Wir haben hier was zum Essen. Wir haben noch zwei Karotten, das ist gut. Den auf einmal habe ich eben geholt, um, ne, aber überlegt vielleicht, um Lavafalle zu machen. Aber irgendwie, nein, ich glaube, ich fühle eine Lavafalle leider nicht gerade. So, 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 so. So, 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 warte mal, hier haben wir die Tür. Das ist schön zentral. So, Leute, ist mir egal. Das wird jetzt so gemacht. Das wird jetzt einfach so gemacht. Jetzt hat man zwar hier oben noch ein Dings. Ich sage ihm, oh, ich sage ihm, ja, warte, die Treppe ist automatisch. Ich mache kurz einen Zünder an. Hi, 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 hi. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, das wird so gut. 1, 2, 3, 4. Das machen wir kurz dahin, das machen wir kurz dahin. Dann machen wir hier einmal so lang durch, Leute. Er soll den schönen Ausblick einfach genießen, meine Freunde. So, ich würde sagen, ich mache an den Fenstern jetzt hier weiter. 1, 2, 3 machen wir hier. 1, 2, 3 machen wir hier. Dann machen wir das wieder zusammen, Leute. Wie gesagt, die schöne Aussicht soll er hier genießen. Und dann sagen wir ihm, wir haben ein Special-Super-Ding. Aber das muss ich aktivieren, um ihm das zu zeigen. Dann steht er hier drin, wartet. Und dann, und er explodiert, meine Freunde. Da würde ich sagen, da sind wir mit Pranks hier fit, ja. Und dann kriegt er von mir aus eine Zweitrüstung wieder. Oh, Leute, die gebe ich ihm vorher wieder, damit er mir wirklich vertraut, ja. So. So, wir machen das hier fertig, Leute. Ich würde sagen, ich mache das Haus hier schon mal fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Und dann, vielleicht zeige ich vorher erst noch jemand anderem, Leute, damit er nicht denkt, dass es ein Prank ist. Ich habe es dir, das Haus auch schon gezeigt. Und dann geht es richtig ab, Leute. Bis gleich. So, meine Freunde, das Haus ist erst mal fertig, ja. Guck mal, ich habe hier so schön Gold, Weiß, innen drin mit Schwarz gearbeitet. Ich habe alles schön ausgehellt. Weiß Glas, viel Glas. Und ich habe nochmal hier diese Pillar gemacht, ja. Und das wirklich am Boden connected ist. Und das auch Sinn ergibt, dass es hält. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt schnell hier die beiden Schalkerkisten ab. Haben wir alles. Und jetzt heißt es wirklich später nur noch. Ich muss gerade nur nachschauen. Guck mal, hier, Leute. Verdammt. Ah, ich habe einen normalen Stein. Warte mal, den wird ich mir kurz holen. Das wird so gut funktionieren, meine Freunde. Den Hebeler ist auch extra hier, damit ihm gar nichts auffällt, meine Freunde. Jetzt müssen wir natürlich mit Stani einmal quatschen. Ich muss warten, bis er online kommt, Leute. Ich glaube, er ist gerade beim Friseur. Und, oh, wartet mal. So, wir machen das hier so. Und sagen, hey, Stani, guck mal, wie gefällt dir das. Und dann geht diesmal nicht aus. Ich sage, oh, warte, ich habe noch ein Geschenk für dich. Warte hier, guck jetzt, guck jetzt mehr. Damit du nicht siehst, was kommt. Und dann gehen wir hier hin. Ja. Wir müssen hier den Hebel platzieren. Und dann... Bum, 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 bum. Stani, das ist meine Rachen-Break an dich. Dafür, dass du bei uns in der Nebel-Insel so viel kaputt gemacht hast. Leute, ich würde sagen, wir warten auf den kleinen Paulberger. Und, ah, lass uns, lass uns, ich gehe auf meine Insel und sage ihm, hey, Stani, ich habe die Überraschung für dich. So, wir müssen eben, oh, Leute, das wird so gut sein. Das wird so nice kommen, meine Freunde. Damit wird er nicht rechnen, ja. Und wisst ihr was? Er ist ein bisschen selber schuld, der Paulberger. Er ist ein bisschen selber schuld. Er hat uns den Prank gespielt, also spiele ich ihm auch den Prank, ja. Leute, bleibt unbedingt dran. Jetzt gleich geht es ab zu Stani. Okay, meine Freunde, wir sind wieder da. Ich habe jetzt ein paar Stunden gewartet und Stani ist online. Wir schreiben mal Slash-Message-Stani-Können-Wir-Reden. Der wird so gebrochen sein. Er wird so gebrochen sein. Und das ist das Ding, Leute. Jetzt treffen wir uns mit Stani. Und dann, Leute, sage ich euch so, wie es ist, er hat es herausgefordert. Er hat es herausgefordert, meine lieben Freunde. Und ich rede jetzt mit dem, ich versuche, zu ihm zu reden. Ich sage, hey, komm, ja, wir haben zwar Frieden gemacht, ich war ein bisschen sauer, weil du den Pakt gebrochen hast. Aber ich verzeihe dir und dann jagen wir das Ding hier hoch. So, Alter, Message, Stani, komm auf meine Farminsel. So, klärendes Gespräch. So, meine Freunde, Prankmeister Stani. Stani? Jo, Amir? Jo, bist du hier? Wo bist du? Jo, ich bin hier. Ah, da. War ein lustiger Prank mit dem Enderkristall. Die Leute haben es auch gefeiert. Guck mal, Stani. Ich will eigentlich... Man muss auch sagen, die Leute haben pro Like ein Enderkristall gespawnt. Mhm. Guck mal, Digi. Ja. Ich war gestern sauer. Aber jetzt sind wir ja quitt, meinst du? Ja, ich war... Guck mal, ich war sauer. Weil eigentlich haben wir ein anderes Deal gehabt, dann hast du dann mäßig hintergangen. Aber weißt du was? Ich kann nicht verstehen. Hätte jemand meine ganze Base auch zerstört, dann wäre ich wahrscheinlich auch so sauer wie du. Und deswegen habe ich mir gedacht, Stani, komm, wirklich für den Frieden zu sorgen, habe ich was für dich. Was? Oha. Kannst du ganz was mitkommen? Hier, folgt mir mal. Ja, ich kann mitkommen. Wie? Also hast du jetzt eine Überraschung für mich oder was hast du für mich? Ja, ich habe mir gedacht, komm. Guck mal, wir haben dir ein neues Haus versprochen. Ich habe es gemacht. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe eine Sache vergessen und zwar die Treppe hoch zum zweiten Stock. Aber das kann man ja... Oh, ich muss sagen, es sieht schon mit dem Gold und so, das hat schon... Oh, was ist das hier für den Balkon, Junge? Ja, ich habe mir gedacht, noch einen kleinen Balkon dazu. Das ist doch... Ey, Bro, jetzt habe ich gerade echt ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber... Nein, guck mal. Ey, guck mal, Armin, wenn du da Probleme hast mit den Enderkristallen abbauen, ich kenne eine Lösung, wie das geht, wie man die abbauen kann, ohne dass die explodieren. Ich weiß, ich weiß. Ey, guck mal, alles gut, guck mal. Ich sage dir ehrlich, ich helfe dir, die Enderkristallen abzubauen. Nein, musst du nicht. Weißt du was? Guck mal, wir haben... Du wolltest die Innenrichtung nicht zurückgebaut haben, du wolltest ein Haus, wolltest du fahren. Die Farben streichen wir weg, wegen deinem Prank. Okay. Aber das Haus... Und soll sich das Coolste zeigen? Alter, oh, es sieht... Aber Innereinrichtung und so machst du auch noch, oder ist das erstmal so... Ich wollte... Oh, ich habe die Gläser hier vergessen, sorry. Ich habe hier vorhin das Glas vergessen, das kann man nachbauen. Ja, ja, alles gut. Da wollte ich mir offen lassen. Ja, willst du die Innereinrichtung selber machen, soll ich die machen? Oh... Ey, guck mal, ich habe noch ein Special Feature drin, das hat kein Haus in der ganzen YouTuberinsel. Kein einziges. Zweimal, zweimal, zweimal. Guck genau mal so hin. Pass auf, ich zeige dir das jetzt, ja? Nein, Armin, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Was wird das sein, Leute? Hä? Was passiert jetzt? Warte. Was passiert jetzt? Ey, was ist das da unten, Leute? Ist das das schon? Armin, wann geht es los? Jetzt! Ah! Bitteschön, Staddy! Hahaha! Wir haben das Haus gesprengt. Oh, jetzt sind wir von mir aufs Quid, Alter. Jetzt reicht es mir auch. Ist er selber schuld, meine Freunde. Er hat bei uns alles nachher hinüber gemacht. Jetzt haben wir das... Der ist beigetreten und hat mir verlassen, weil er den ganzen Zeitweg neben Andilci rausfliegt, weil er gerade am Runterfliegen ist. Hahaha! Leute, ist das nice. Wo ist der? Leute, lasst uns mal kurz nach Staddy gucken. Spawn Island! Der muss jetzt komplett zurücklauschen! Wartet, Leute! Staddy? Sprengt! Staddy! Ja? Ähm... Prank! Jungs, ich bin vom Server was gepackt worden! Alter! Siehst du nicht mehr durch, Junge? Das ist jetzt zu Prank! Ja, war ein Prank! Mein Portem ist ausgelöst! Ich wurde zehnmal vom Server gekickt! Ich konnte nicht mehr connecten! Alles! Das ist jetzt zu Prank! Du bist dann wieder da! Ich habe nichts von dir kaputt gemacht! Du hast gesagt, wir sind quit und hast ein komplett neues Haus! Staddy! Ja, geiles Haus! Ey, warte mal, warte mal! Komm mal, ich will nicht, dass du den ganzen Weg nur läufst, ja? Wie hast du bei Enderperlen? Ich bin bei Enderperlen, wow! Ja, damit kommst du doch vielleicht nach Hause! Mach's gut, mein Bester! Joa, Amir! Alles gut, mein Bester! Jetzt sind wir doch bestimmt quit, oder? Joa, natürlich, Amir! Sind wir quit! Alles gut! Mach's gut, mein Bester, ja? Super, Amir! Wir sind quit, mein Bester! Gut, ich bin wieder zurück! Ja, ich muss die Enderperlen! Tschüss! Tschüss! Ja, ja, tschüss! Leute! Ich kann genauso Prank! Aber wir haben hier nichts von ihm kaputt gemacht! Ich habe selber aufgebaut! Ich habe die Ressourcen verschwendet! Aber, Leute, es war doch lustig! Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer gerne ein Like da! Abonniere die Channel-Glocke aktivieren! Bis jetzt das nächste Mal wieder auf der YouTuber-Insel, auf meinem Channel Amir! Tschö mit Ö!